Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf dem Wanderweg BW1 bei Bad Wimpfen. Diese Wanderung hat etwa 10 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann kommt mit. Ei, guten Morgen, heute lassen wir es ruhig eingehen. Guten Morgen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Warum haben wir diese Wanderung unternommen? Mit dem ganz vielen Asphalt, ganz einfach. Da hinten gibt es die Waldschenke und das war eigentlich unser Hauptziel. Deswegen sind wir diese gegangen. Hier in Bad Wimpfen heißt diese Wanderung auch Wanderung zur Waldschenke. Sehr schöner Ausblick und gut essen kann man dort auch. Wenn euch diese Wanderung gefallen hat, wählen wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also bis dann. Ciao, ciao. Alle machen es gut. Ciao und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Warum sind wir heute diesen asphaltierten Weg gelaufen? Ganz einfach. Auf der Wegstrecke muss niesen. Das war's für heute. Das war's für heute.